servus und hallo ich begrüße euch heute machen wir mal ein video wieder darüber über operation showdown und es geht zwar darum wie man die gratis lackierung erspielen können und ich werde euch in diesem video das erklären wie das funktioniert ihr müsst auf jedenfalls müsst ihr team erstellen und wenn sie team eingestellt habt braucht sie nur drei weitere freunde wo sie befreundet seit dass ihr mit denen spielen kannst ihr müsst drei runden absolvieren und wenn sie die absolviert habt mir sehr städter und man sich dabei schnee kommande bringen ruhig deine kleinen helferlein mit sein team match mit freunden unter den letzten zehn das müssen sie mal und dann wird sie die herausforderung abschließen benötigt ihr hilfe oder sonst irgendwas sie durch in das video die discord verlinkung eine da braucht sie einfach durch schreiben helfen euch gern das ist gar kein problem es ist einfach ein kleines info video lassts like da abonniert den kanal und aktiviert die glocke gehofft hat das kleine video kämpfen bis dann eiche kippen mit schau